Er gehört zu den Top-Schauspielern der Slowakei und gleichzeitig zu den attraktivsten Männern im heimischen Showbusiness. Bald wird er auch als neuer Charakter in der Serie, Mom for Rent, zu sehen sein, doch da er zugenommen hat, werden ihn die Zuschauer mit 20 Kilo mehr zu sehen bekommen. Vor einigen Tagen haben wir sie darüber informiert, dass die beliebte Mom for Rent-Serie um drei neue Charaktere erweitert wird. Peter Brejcik, Marta Sladekova und Richard Outner Alle genannten Schauspieler besuchten Tele-Ran am Montagmorgen, wo sie über ihre Rollen, aber auch über ihr Privatleben sprachen. Richard, der Lucys Ex-Partner spielen wird, prallte damit, dass er in den letzten Monaten stark zugenommen habe. Ich muss zugeben, dass ich mich nach dem Ende von Let's Dance in den Flugmodus versetzt habe. Bitte! Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe seit Let's Dance 20 Kilo zugenommen, sagte der letztjährige Teilnehmer der Tanzshow live und versetzte die Moderatoren Kvetka Horvatova und Roman Jurasko in Schockstarre. Wie Riso angab, wog er bei seinem Auftritt bei Let's Dance über 87 Kilo, während der Zeiger auf der Waage das letzte Mal 106 Kilo anzeigte. Und hast du das gewollt oder ist es einfach so passiert? fragte ein überraschter Jurasko. Nun, ich sage dir, ich wollte es nicht wirklich. Aber wenn man bedenkt, dass ich das Gefühl hatte, dass Oskar in Mama zu vermieten ein wenig bei ihm sein sollte, dachte ich mir, das antwortete Outner lachend Angeblich arbeitet sie bereits an ihrem Gewichtsverlust. Outro Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.